Hallo Leute, willkommen bei Produktbewertung. Heute sehen wir uns die besten HDMI-Kabel-Tests an. Durch umfassende Recherchen und Tests haben wir eine Liste an Optionen zusammengestellt, die die Bedürfnisse verschiedener Anwender erfüllen werden. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Fünfter Produkt auf der Liste ist der 4K HDMI-Kabel 2 Meter. Das Iwanki Highspeed HDMI-Kabel ist ein zertifiziertes Premium-Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet und Audio Return Channel, ARC, das alle Auflösungen bis zu 4K Ultra HD 1 und 2060p bei 60 Hertz unterstützt. Es unterstützt 3D, Ethernet-Channel, Audio Return Channel und wurde auf 18 Gbps für HDR-Video getestet. Es ist das perfekte Upgrade für Ihren Smart-TV oder UHD-Blu-ray-Player. Das Iwanki Highspeed HDMI-Kabel funktioniert perfekt mit Amazon Fire TV Stick, Roku Streaming Stick Plus, Google Chromecast Ultra 4K-H2-U2-Y-DOA, Chromecast 3 über HDMI, Playstation 4, Konsolen und Xbox One über HDMI. WHY-Juices-Kabel Das Highspeed HDMI-Kabel ist zertifiziertes Premium-Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet und Audio Return Channel, das alle Auflösungen bis zu 4K Ultra HD 1 und 2060p bei 60 Hertz unterstützt. Es unterstützt 3D, Ethernet-Channel, Audio Return Channel und wurde auf 18 Gbps für HDR-Video getestet. What is reality special about it? Kleinere Plastiktiller öffnen sich und enthalten kleine Zahnrad-Verbindungen, die zusätzlichen Widerstand erzeugen. Auf dem vierten Platz ist der Kabel-Direkt. Kabel-Direkt, 2M, 4K HDMI-Kabel, 4K at 120 Hertz und 4K at 60 Hertz, spektakulär ultra. Das Kabel verbindet Fernseher, TV-Geräte oder Monitore mit Blu-ray-Playern. Das Kabel übertrifft dank erstklassiger Verarbeitungsqualität die Highspeed-Spezifikation und überträgt somit UHD-I-Auflösungen wie 8K at 60 Hertz und 4K at 120 Hertz. Die Kabel-Direkt-HDMI-Kabel von Combo sind maschinell gelötet und werden strengen Funktionsprüfungen unterzogen. Die robuste Steckverbindung ist rundum stabil, denn sie besteht aus einem schlagfesten, verzinten zwei Lagen-Geflecht. Der nächste Schritt ist der Quantensprung. Mit der neuen Serie von Kabel-Direkt präsentieren wir Ihnen unterschiedliche Highspeed-HDMI-Kabel, die sogar den UHD-Standard für 8K at 60 Hertz und 4K at 120 Hertz übertragen können. Sogar 3D-Signale mit einer höheren Frequenz von bis zu 480 Hertz lassen sich mit unseren Highspeed-HDMI-Kabels problemlos übertragen. Die neue Version 2.0 erreicht extrem hohe Übertragungsraten, Max 10,2-Gbit S, die bei der Übertragung von Filmen und Videos eine ungekannte Bildqualität erzeugen. Das wichtigste Produkt in unserer Highspeed-Serie ist das Kabel für 4K-Fernseher, Plasma-Displays und Flachbildschirme sowie jedes Gerät, das mit diesen TV-Geräten verbunden werden soll. Die Max-Rahmenbandbritte beträgt 18 Gbps, 10,2-Gbit S. 3. Produkt auf unserer Liste ist der 2M 8K HDMI-Kabel 2.1. Das Combo 2.1, 8K at 60 Hertz 4K at 120 Hertz DSC, HDTV6 und 7080X4320 ist die perfekte Wahl für den Anschluss internetfähiger AV-Komponenten mit ARC, Audio Return Channel, Audio Rückkanal. Dieses HDMI-Kabel überträgt Bilder in hervorragender Qualität, während der Anschluss von Geräten wie DVD-Plan, Brewer-App-Plan, Spielekonsolen und Media-Streamern an ihren Fernseher oder Monitor zum Kinderspiel wird. Das Kabel ist dreifach abgeschirmt und mit einem Nylon-Geflecht ummantelt, das es vor Beschädigungen schützt, die durch Stöße verursacht werden. Das Combo 2.1, 8K at 60 Hertz 4K at 120 Hertz DSC ist ein hochwertiges High-Speed HDMI-Kabel, das UHD bzw. 8K-Signalverarbeitung bei 60 Hertz unterstützt, damit Sie sicher sein können, dass Ihr neuer ultrahoher Auflösungsmonitor die optimale Erfahrung liefert, sodass Sie zufrieden sind mit dem Kauf. Die hohe Datendurchsatzlöstung des Kabels versetzt Sie in die Lage, eine komplette Ultra-HD, 4K- und oder QHD-Auflösung zu erhalten. Außerdem unterstützt es 3D-Formate bis 1080p at 60 Hertz für problemlosen Betrieb von Blu-ray-Playern, Spielekonsolen und anderen Geräten mit maximalen Anschlussmöglichkeiten. Zweite Produkt auf unserer List ist der 4K HDMI-Kabel 1M. Es ist ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel. Es kann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 GB PS übertragen, was die höchste Rate ist, die der HDMI 2.0 Standard unterstützt. Die Übertragungsgeschwindigkeit dieses Kabels ist viermal schneller als die der vorherigen Version von HDMI-Kabeln. Es bietet Ihnen ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis und ermöglicht es Ihnen, Ihren 4K-Fernseher-Display mit höheren Bildwiederholraten zu verwenden, um Bewegungsanschärfen bei schnellen Action-Szenen und Spielen zu reduzieren und eine flüssigere, klarere Bildqualität zu erzielen. Dieses Premium-HDMI-Kabel wurde von unseren Ingenieuren gründlich auf 3D getestet, bevor sein Design finaliert wurde. Dieses Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel kann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 GB PS übertragen, was die höchste Rate ist, die der HDMI 2.0 Standard unterstützt. Die Übertragungsgeschwindigkeit dieses Kabels ist viermal schneller als die der vorherigen Version von HDMI-Kabeln. Es bietet Ihnen ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis und ermöglicht es Ihnen, Ihren 4K-Fernseher-Display mit höheren Bildwiederholraten zu verwenden, um Bewegungsanschärfen bei schnellen Action-Szenen und Spielen zu reduzieren und eine flüssigere, klarere Bildqualität zu erzielen. Die Nummer 1 unserer Liste ist schließlich der CSL-10M HDMI-Kabel. Dieses neue CSL-Kabel wurde für den neuesten 4K HDMI 2.0 Bestandard entwickelt und unterstützt eine Bandbreite von 18 GB PS, was bedeutet, dass Sie die hochauflösende Videoqualität auf Ihrem Bildschirm mit nur einem Kabel vollgenießen können. Unser 33-Foot-High-Speed-HDMI-Kabel unterstützt 3D und ARC neuester Standard ist auch rückwärtskompatibel mit älteren Versionen der HDMI-Standards. Die Kabel wurden auf Geschwindigkeiten von bis zu 340 MHz, 10,2 Gbps getestet und sind sogar für 4K-UHD-Auflösungen bei 60 Hz geeignet. Das hochwertige Aluminiumgehäuse und die goldbeschichtete Steckverbindungen sorgen für eine hervorragende Signalübertragung, während der PVC-Mantel verhindert, dass mechanische Beschädigungen an den Kontakten entstehen. Unsere HDMI-Kabels wurden in Großbritannien hergestellt. Dieses Produkt ist kompatibel mit allen HDMI-Geräten bis zu Version 2.0 UHD 8 und 3040 X1 und 2060 P60 Hz WI-CHTI-GR Hinweis. Dieses Kabel wurde für den HDMI 2 Standard entwickelt und unterstützt HDCP 2.2 zum Schutz von 4K-Videos vor illegalen Kopien sowie 3D und ARC. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch den Daumen nach oben und wenn neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.